Lalalala Tiere töten Tiere töten Hier ist noch Boah, Alter Lege noch eine Corona-Sebu Boah Ich kriege einen halben Herzinfarkt Neh Never ever, du Alter Ich höre hier Spinnen und und oh ne Ich höre schon Pfff Könnte der Clipper sein, der hinter dir steht Ich Ich erahne es schon, dass der dann über mir steht Oder darf mich warten Ganz hinterherhälte ich dann Ich würde ja gern noch Irgendwas Wir haben ja diesen Karten-Mod, ne Du Ich meine, da kann man ja vielleicht noch Ein bisschen mal den auch nutzen, oder? Also ich mein Ne? Ja, wenn sich das automatisch öffnet, kann man da natürlich auch nicht weiter was machen Das ist klar Wie siehst du das? Kann man noch Kann man noch Kann man noch Nutzen, oder? Ich mein Naja, naja, naja Naja, dann Naja, dann Naja, dann Naja Hast du nur mal ne Tour? Achtu Ja Die Blöcke, die hier sind Ungünstig platziert Nicht, muss ich sagen doch Na Ich Bau mal hier eine Treppe Gut, oder war das gekratzt? Ich weiß gar nicht Ich Ich kenne mich jetzt überhaupt nicht damit aus mit der Minimap Aber ich wusste, dass man mal einstellen kann, dass man auch Tiere sehen kann Das war's ja natürlich Ja Hm Da Begrüßt uns die Minecraft Musik Mit ihrem sinnlichen Kling Die so laut sind, dass mein Ohr nicht abfällt Schrauben wir jetzt Die Musik runter Ach Komm Lass dich In unser Ohr In unser Ohr In unser Ohr Ich krieg mein Ohr Krebs, weil ich lauf Lilian hoch und voll in der Zeitpulser Das ruckelt sehr schön Sehr angenehm Oh, ich krebs Läu, was dat? Kohle 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 Blätter kann man nicht irgendwie abbauen, ne? Ich glaub ich hab Sumpfgebiet entdeckt Ich werde nicht Aber du findest auch wieder nach Hause Ja, ich will grad sagen Ich werde dich nicht mehr nach Hause Teleportieren können wir hier nicht? Doch Aber du sagst nur deine Koordinaten und ich komm dann hingewackelt Kuh 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 Schöne, hohe Berge Ja, wir ziehen hierher, komm mal mit Träume ich doch mal jetzt nicht Kommst du, komm mal hierher und baust das alles ab, was wir hier hingebaut haben Ja, ja Wir sind wie die normalen, wir ziehen hier einfach bis hinten, ja Wir haben jetzt noch Holz, ne? Ich hab grad einen schönen Baum Ach, auch, Baum, Brücke Das ist ja schön Ich fahr grad so schön mit dem Holz abbauen Ja, du kannst Hast du genug Holz? Wir haben ja einen Nadelwald Also ich hab 31 Bretter von dem 8 von dem anderen und 4 normales Was hast du denn jetzt die ganze Zeit gemacht? Zu wenig? Naja, oder? Weiß nicht, keine Ahnung Ich hab die ganze Zeit jetzt kein Holz abbaut Kein Holz abgebaut Oh Leute, was ist hier? Ich hab Löcher Nee, ich red grad Mit der Höhle hier Ich hab Kühe gefunden Was? Ich hab Kühe gefunden Es wird dunkel Nee, es wird noch lange nicht dunkel Hä? Es wird noch lange nicht dunkel Okay Aber das gute ziehen Nämlich genauso Jetzt um Mit wir pünktlich bei der Dunkelheit dann So hab ich jetzt den Kuhfleisch bekommen Wollt ihr mich trollen? Ach, da liegt's Schön Geh mal zum Haus Was ist das da hinten? Glaub ich Nee Warst du noch in der einen Failaufnahme Wo es jetzt dieses Fischerhaus da im Meer stand? Na Na Weiß ich Kann ich noch entziehen Ja Ich muss ja gehen Aha So, ich baue schon mal alles ab und geh schon mal rüber Und Da steht ein Enderman Ach Gott, nein, warte Das ist ein Enderman Warte Hab ich grad gesagt Achso Wir sind auch grüchen Willen töten? Auf der Insel Nein, nicht töten Oh Bleib da, ja genau, bleib da Okay So, warte mal kurz Wenn es noch weg Ähm Ja Ich würde sagen wir Was mit meiner Maus los No Letztens war mitten Mitten beim Blacklight spielen Die Mauspatriale No Fail Ich würde sagen wir Und zwar genau an der einen Stelle Wenn du so denkst Wenn der dich jetzt killt Bist du richtig getisst Genau an 200 Stelle ist das Ah, für dich krass Ja, okay Ich würde sagen wir machen wir kurz einen Cut Und dann Ja, machen wir Ja, machen wir Warum Und dann Machen wir irgendwann mal Weiter so, gleich Also bis gleich